heute wollen wir noch einen kleinen blick in den youtube moneymaker werfen das ist ein sehr interessantes online digitales coaching von erich hüther wir hatten auch kontakt mit ihm per e mail und wollten einfach mal ein bisschen näher wissen worum es da genau geht haben uns das ganze angeschaut und wollten auch mal wissen wie kam es überhaupt zu dem zu dem kurs und was erwartet ein wenn man sich diesen eben sichert und bei youtube durchstarten möchte youtube ist die plattform überhaupt wenn es um videos geht stündlich kommen da zigtausende videos online zig millionen videos online und dieses potenzial kann man natürlich für sich nutzen da eben sich hier auf dieser plattform ganz viele nutzer tummeln die sich videos anschauen wenn man einen youtube kanal machen möchte die meisten menschen haben die vorstellung dass man vor der kamera stehen muss dass man aufwendig videos schneiden muss und so weiter und so fort und sich mühsam abonnenten aufbauen muss das schreckt viele davon ab bei youtube eben durch zu starten aber es gibt eben auch andere möglichkeiten es gibt die möglichkeit eben ein youtube channel zu machen ganz ohne dass man vor der kamera stehen muss und sich so dann eben einen netten nebenverdienst aufbaut bis hin zum hauptverdienst wie das mittlerweile erich hüther gemacht hat er hat sich mehrere youtube kanäle nach diesem prinzip aufgebaut einige von einige videos sind sind auch sehr viral gegangen so wie wir erfahren haben wir haben uns auch einen youtube channel von ihm angeschaut das ist ein tier youtube channel der der eine ganz relativ große anhängerschaft mittlerweile hat circa 80.000 abonnenten und ja die videos sind eigentlich alle sehr einfach sehr einfach strukturiert und wie das ganze eben ohne startkapital und ohne vorkenntnisse funktioniert und eben ohne dass man dass man vor der kamera stehen muss das zeigt erich hüther in seinem kurs hier das ganze noch mal erklärt also das ganze kann eben automatisiert stattfinden langfristiger einnahmen einnahmen kanal der eben dann auch passiv läuft über youtube und und eben die organische suche und ja es ist der kurs ist insbesondere an anfänger ausgerichtet die eben noch nie damit damit zu tun hatten und hier erklärt er das ganze auch noch mal kurz knapp 20.000 euro das ist ein auszug meiner monatlichen auszahlung von youtube kein verkauf kein network marketing und keine unseriösen systeme ich stand dabei noch nicht einmal vor der kamera oder habe mein gesicht gezeigt das thema ist dabei völlig egal ich habe mir selbst mehrere kanäle aufgebaut von denen jeder für sich wie eine automatische einkommensquelle funktioniert jeder dieser kanäle läuft für sich erwirtschaftet einnahmen und finanziert mir ein unabhängiges leben vor einiger zeit war ich sogar noch kassierer in einem supermarkt absolut nichts spektakuläres egal in welcher situation du dich gerade befindest wo du herkommst wer du bist du kannst dein ding auf youtube durchziehen und erfolgreich werden wir haben einen kurzen blick in das video geworfen das kann man sich natürlich auch noch mal selbst anschauen die sind auch noch mal ein paar teilnehmer stimmen wir haben auch per e mail erfahren dass das dass die dass das ganze bei den teilnehmern sehr gut ankam wir haben uns wie gesagt mehrere channels angeschaut die wir per e mail bekommen haben die dürfen hier leider nicht zeigen aber einer war eben ein tier channel der andere war ein viraler channel der der international ausgelegt war das heißt virale inhalte die die sehr schnell geteilt werden und so eben eine große anhängerschaft generieren und dadurch sich eben über youtube große einnahmen ströme erschließen lassen wir haben den angebotspreis zu diesem kurs der normalerweise 699 euro kostet wir haben einen schönen angebotspreis verhandeln können der ist unterhalb dieser dieses videos in der infobox verlinkt dort kann man direkt sich einen zugang sichern das ganze wird über den sicheren zahlungsanbieter digistore 24 abgewickelt den haben wir auch mehrfach getestet der ist der bietet auch sichere zahlungsmittel wie paypal oder sofortüberweisung an und dann erhält man umgehend eben den zugang zu diesem kurs von erich hüther hier erklärt er auch noch mal dass er eben seit 2017 das ganze macht und mit manchen videos über 100 millionen aufrufe generieren konnte wir wollen jetzt doch mal einen kleinen blick in diesen kurs werfen hier wird noch mal gezeigt dass das ganze eben in mehrere module aufgeteilt ist und hier erklärt er auch noch mal dass er eben sich bereits mehrere channels aufgebaut haben die manche sogar über 150.000 abonnenten haben und dementsprechend mit wenig aufwand er dort wöchentlich ein paar videos hochlädt manche channel pflegt ja auch nur monatlich indem man monatlich zwei drei vier videos hochstellt und das ganze eben dann sich mit der zeit auch aufbaut so dass man anfangs vielleicht nur ein paar hundert euro verdient und später dann mit der zeit sich da ein sehr intensives und wachsendes einkommen daneben ganz passiv über youtube generieren kann wird daneben anhand eines videos und zusätzlichen material erklärt wie vorzugehen ist die hintergründe und schritt für schritt wie man sich eben einen solchen channel aufbaut hier sind wir jetzt in der vorbereitungs lektion warum youtube hierbei geht es eben darum das ganze noch mal generell zu erklären wie funktioniert youtube was sind die wichtigen bausteine steine welches equipment braucht man und wie baut man sich beziehungsweise überlegt man sich eben die richtige strategie für seinen channel der letztendlich nicht zu viel konkurrenz hat und einigermaßen schnell eben aufbaubar ist hier sind wir jetzt im youtube studio beta theorie also das ist ebenfalls eine lektion wo es eben um youtube studio geht um die basics um die app analytics wichtige analysedaten die man eben kennen muss das thema branding auch ganz wichtig um sich eben ein brand aufzubauen der erfolgreich über über einen längeren zeitraum sich sich aufgebaut sehr aufgebaut werden kann und dann eben seine seine abonnentenzahl erreicht und passive einnahmen generiert hier sind wir noch mal in dem modul monetarisierungsmöglichkeiten das wollen wir auch noch mal kurz zeigen sehr interessant eben wie monetarisiere ich meine videos wenn ich mal ein bisschen reichweite habe wie verdiene ich geld mit den videos und letztendlich eben noch mal ein paar demonstrationen hier sind auch ein paar beispiele gezeigt und erich hüther zeigt in diesem kurs eben von anfang bis ende schritt für schritt kopierbar so dass man das ganz einfach und ihr das ganz einfach nachvollziehen und nachbauen könnt um euch eben einen solchen youtube channel aufzubauen oder mehrere youtube channel aufzubauen und dann eben passiv einnahmen zu generieren eine methode die funktioniert nachweislich was wir auch gesehen haben was ich aber auch in den anderen erfahrungen der user zeigt und eben auch bisher nicht nur er so durchzieht sondern eben auch viele andere youtuber weltweit dieses konzept verfolgen und er hat das perfektioniert es ist definitiv ein kurs der sich lohnt für diejenigen die über youtube passiv ohne vor der kamera zu stehen sich einen einen oder mehrere einkommensströme generieren wollen bis hin zur vollständigen selbstständigkeit